Ach ja, kriegen Sie Ihren neuen Boss in den. Großartig. Oh Mann, du machst mich echt krank. Danke. Wenn ich esse, möchte ich kotzen. Wenn ich nichts esse, kriege ich schlechte Laune. Wenn ich schlafe, kriege ich Albträume. Wenn ich nicht schlafe, werde ich depressiv. Ich bin wie gelähmt. Ich sitze nur da und denke über jedes Wort nach. Aber das macht mich bloß noch kränker. Take four, three, two, one. Score in our young world, this is John Q. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Sean Q. Bis zum nächsten Mal.